Moin Moin und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Zackboy. Wir versuchen jetzt mal dieses extra Bonus Level Eishöhlen Sprint. Ich denke das könnte wieder ein einigermaßen... Okay, okay. Den nehmen wir jetzt mal. Ich denke das könnte wieder ein einigermaßen kurzes Video werden, tatsächlich. Aber das wäre jetzt nicht ganz so schlimm. Kann auch mal kurze Videos geben. Davon geht die Welt nun auch nicht unter. Oh. Brauche ich diese Uhr? Okay, die gibt mir Zeit dazu. Also die Uhr hätte ich jetzt nicht unbedingt noch holen müssen. Die Zeit, die ich gebraucht habe, um die Uhr nachträglich zu holen, war glaube ich länger, als wäre ich einfach weitergegangen. Ja, okay. Ist egal. Und ab ins Ende. 19 Sekunden. Ich glaube, das war ziemlich gut. Ja. Direkt Gold gemacht. Äußerst cool, äußerst cool. Schönes, kurzes Level der Eishöhlen Sprint. Drei Stück bekommen. Damit haben wir genug gesammelt. Und wo kommt der jetzt hin? Da oben. Okay. Damit haben wir auch genug gesammelt, um eigentlich... ...jetzt schon hier weiter zu kommen. Dafür brauchen wir nämlich nur 20. ...und im letzten Gebiet alles finden, bevor du hier den Aufruhr bekämpfen kannst. Okay, das heißt, ich muss alle Level machen und 20 davon haben. Ja gut, das ist ja jetzt noch nicht ganz so anstrengend. Das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Kurzes Video. Nicht ganz so schlimm. Nichtsdestotrotz bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.